Hallo YouTube, ich bin Bini und ich schreibe beschissene Plots. Aber vielleicht sollte ich woanders anfangen und zwar habe ich meinen Lieblings-YouTube-Kanal verloren. Wie verliert Mensch eigentlich seinen Lieblings-YouTube-Kanal? Nun, schön, dass du fragst, das ist ganz einfach, denn für zweieinhalb Jahre gab es oft die Frage, was ist dein Lieblings-YouTube-Kanal, nur eine einzige Antwort und zwar Channel Awesome. Denn durch Channel Awesome habe ich nicht nur den Nostalgia Critic kennengelernt, sondern eben auch Rantesmo oder Tamara oder den Orbit Report. Nun kamen Quinten Reviews mit einem Video um die Ecke und zwar hat Quinten Reviews in seiner Fallen Titans-Reihe in der dritten Folge den Channel Awesome ein bisschen näher unter die Lupe genommen und vor allem ein Dokument näher unter die Lupe genommen. Und das heißt Channel Not So Awesome und ist 72 Seiten lang. Und auf 72 Seiten lassen sich mehr als 20 Personen, die mal für Channel Awesome gearbeitet haben, über die Arbeitsbedingungen dort aus. Und da sind einige wirklich, wirklich furchtbare Dinge drin. Ich stand also ohne Lieblings-YouTube-Kanal da und musste mich auf die lange, beschwerliche Suche machen, einen neuen zu finden. Also machte ich mich auf die Reise und forstete mich durch wahnsinnig viele langweilig geschriebene Reviews, die alle aufs Gleiche hinaus kamen. Die Live-Action-Film-Version von Avatar The Last Airbender ist kacke. Eine Wahrheit, die viele schon herausgefunden haben und die möglicherweise nicht mehr ganz so spannend ist. Jedenfalls sollte ich irgendwann fündig werden. Denn auf der rechten Seite unter vorgeschlagenen Videos lachte mich auf einmal ein Video an und sagte Ihr kennt Stephanie Meyer nicht. Nun, Stephanie Meyer ist die Person, die Twilight auf die Welt losgelassen hat und dafür einen, sagen wir mal, etwas unverhältnismäßig großen Shitstorm geerntet hat. Versteht mich nicht falsch, an Twilight und vor allem auch an Stephanie Meyer kann sehr viel rumkritisiert werden. Eine Sache vielleicht aber nicht und das ist nur eine Quick-Sidenote. Glitzernde Vampire sind kein Ding, über das sich Menschen groß lange aufregen können. Um ehrlich zu sein, finde ich glitzernde Vampire überhaupt nicht schlimm. Denn Edward als Charakter und als Vampir ist kein Standard-Vampir, der in Schatten herumfliegt und Menschen aussaugt, sondern eben quasi so ein bisschen das Gegenteil. Und um das zu zeigen, ist eine glitzernde Haut das Gegenteil von dem, was wir erwarten würden, gar nicht so dumm. Jetzt, wo ich es mir mit dem ganzen Internet verscherzt habe, wo war ich? Irgendwas mit Plot. Ah, richtig. Lindsay Ellis heißt die Person, die dieses Video gemacht hat und diese Person hat auch noch viele andere Videos gemacht. Nun war ich also angekommen und fand viele großartige Videos, unter anderem Bad Bride, wenn ich mich recht erinnere. Ein Video über das Worldbuilding in dem Film Bride, ein Netflix-Original, der wirklich nicht gut war. Aber eben vor allem auch ein anderes Video sollte mein Leben vollständig verändern, und zwar The Hobbit Long-Awaited Autopsy. In diesem Video widmet sie sich der leicht gegen die Wand gefahrenen Hobbit-Triologie. Logischerweise, wann immer ein Buch, was ungefähr 300 Seiten hat, irgendwas in dem Dreh auf 9 Stunden Film aufgebläht wird, kann nicht viel bei Gutes rauskommen. Aber sie hat sich in diesem Video eben nicht nur diesen offensichtlichen Dingen, die schiefgelaufen sind, gewidmet, wie zum Beispiel Kampf-Szenen, die 40 Minuten lang dauern, sondern sie hat sich eben auch dem Storytelling gewidmet und da sehr viele Dinge gezeigt, bei denen ich mich mehr als angesprochen gefühlt habe. Nun saß ich geknickt und weinend vor meinem Rechner, aber halt, dachte ich mir, halt, Beanie, bevor du dich niedermachst. Können Filme und Rollenspiele überhaupt verglichen werden? Darauf gibt es natürlich nur eine einzige Antwort. Okay. Vielleicht erst zu den offensichtlichen Unterschieden. Während Filme logischerweise immer einer klaren Dramaturgie folgen. Hi, Doggy. Während die meisten Filme einer klaren Dramaturgie... What? No. Während einige wenige ausgewählte Filme einer klaren Dramaturgie folgen, ist das bei Rollenspielen logischerweise nie der Fall. Denn selbst wenn an Rollenspielabenden vorgefertigte Abenteuer gespielt werden, also da eine Art Drehbuch benutzt wird, ist logischerweise der Ausgang einer jeden einzelnen Szene vollkommen ungewiss, denn die Handlungen der mitspielenden Parteien kann vielleicht vorausgeahnt, aber nie vorausgesehen werden. Es sei denn, es gibt trockenes Holz und eine Zunderbuchse. Ich will Rinde von dem Baum abschneiden, die an den Baum liegen und mit Feuersteiner und Zunder anzünden. Das birgt aus der Sicht des Storytellers logischerweise viele Probleme, denn meine Geschichte kann noch so großartig geschrieben und fesselnd sein, wenn sich meine Gruppe einfach weigert, nach rechts durch die Tür zu dem Schatz zu... In anderen Worten, ich habe mal einen Charakter erschaffen, den ich wirklich sehr doll geliebt habe. Ich habe unglaublich viel Zeit und vor allem unglaublich viel Liebe und Gedanken in diesen Charakter reingesteckt, denn ich wollte einen Charakter erschaffen, der relativ realistisch wirkt, der nicht einfach nur gut und der nicht einfach nur böse ist, der sehr viele Graustufen hat, viele Dinge gemacht hat in seinem Leben, die nicht so toll sind, aber auch einige Dinge gemacht hat in seinem Leben, die toll sind. Sie haben ihn umgebracht. Gleich beim ersten Treffen. Das fehlende Drehbuch birgt aber noch ein paar andere Probleme. In jedem guten Film, in jedem guten Serie, in jedem guten Buch, ist jede Szene aus einem bestimmten Grund entwickelt worden. Sei es, um einen Charakter weiterzuentwickeln oder die Geschichte voranzutreiben. Ein gutes Beispiel dafür ist Avatar, der Herr der Elemente, in dem jede einzelne Szene perfekt eine Charakterentwicklung zeigt oder eben die Geschichte vorantreibt. Außer die eine Folge, in der sie in diesem merkwürdigen Canyon sind. Doch gerade diese Art und Weise zielführend Geschichten zu erzählen, funktioniert beim Rollenspiel überhaupt nicht logisch. Hier wollen unwichtige Szenen durchgespielt werden, wie zum Beispiel die Einkaufsszene. Und apropos Charakterentwicklung, das bringt uns zum größten Problem, wenn es ums Erzählen von Geschichten im Rollenspiel geht. Die meisten Filme und die meisten guten Bücher erzählen von Reisen, wobei Reisen übrigens immer nicht nur wörtlich gemeint ist, sondern manchmal auch metaphorisch gesehen. Bei dem Hobbit ist es logischerweise komplett wörtlich gesehen. Wir sehen Bilbo Beutlin dabei zu, wie er nach Dortmund wieder zurückwandert und wie er sich dabei entwickelt. Bei Harry Potter ist es eher eine Reise, was das Älterwerden angeht, aber trotzdem eben eine Reise, auf der sehr viele Dinge passieren, die wir miterleben können. Das heißt, da logischerweise ist Charakterentwicklung ziemlich wichtig. Ich als Storyteller im Rollenspiel habe aber nicht mal Zugriff auf die wichtigsten Hauptcharaktere meiner Geschichte. Denn die werden von anderen Leuten gespielt, die ich nicht oder eher sagen wir indirekt beeinflussen kann. Das heißt aber übrigens auch, dass jeder NPC, den ich in die Welt werfe, logischerweise ein Wagnis ist. Jede Meisterfigur wird von mir mit einer Quinte Hoffnung gebaut, dass die Gruppe ihn in irgendeiner Weise leiden kann oder ihn, Prajus bewahren, nicht sofort einfach umbringt. Es gibt also kein Drehbuch, an das sich alle halten. Ganze Storysstränge werden nicht wirklich durchgespielt oder erst gar nicht gesehen und meine NPCs werden sofort umgebracht. Bringt es überhaupt was, Geschichten für Rollenspielrunden zu schreiben? Darauf gibt es nur eine Antwort. Rollenspiele sind keine Filme. Hat der gerade herausgefunden, dass Rollenspiele keine Filme sind? Ja, was ich damit meine ist, Filme, Bücher, Theaterstücke, Serien werden immer für Dritte, Unbeteiligte, für eine schweigende Masse geschrieben, für ein Publikum, das lediglich da sitzen soll und konsumieren soll. Ja, einige AutorInnen haben ihr ganzes Leben dem Versuch gewidmet, eben genau das umzukehren. Berthold Brecht hat mit seinem epischen Theater versucht, das Publikum aus seinem dumpfen Konsumieren herauszuholen, in eine aktive Rolle zu bringen. Das ist etwas, was wir von Hause aus präsentiert bekommen mit dem Rollenspiel und trotzdem lesen sich fast alle Geschichten, die ich im Rahmen von Rollenspielen sehe, als seien sie für ein beschissenes Buch geschrieben. Müsste es nicht viel mehr darum gehen, die Charaktere, auf die ich wenig Einfluss habe, herauszufordern, sie zu formen, ihnen etwas mit auf den Weg zu geben? Ich glaube, das jedenfalls sollte ich mehr machen. Denn logischerweise, gerade beim Rollenspiel, geht es immer wieder darum, Selbstkritik zu üben. Und die kann ich übrigens im Schlaf machen. Denn ich, vielleicht im Gegensatz zu einigen anderen Menschen, kenne alle meine Fehler, wenn es ums Schreiben von Geschichten geht. Ganz ehrlich, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen. Meine Anfänge sind wesentlich zu groß und zu ambitioniert, so dass ich dann eben die Motivation nicht habe, sie weiterzuschreiben oder gar zu Ende zu bringen. Ich verlasse mich viel zu sehr auf so ulkige Ha-Ha-Momente, da ich die Angst habe, dass ich andere Emotionen mit meiner Erzählkunst in Anführungsstrichen eben nicht erreichen kann. Ich lasse mich viel zu schnell ablenken und verstricke mich mit Seitenaufgaben, die komplett sinnlos sind. Und vor allem, meine Geschichten sind konzipiert, als würde ich ein Buch schreiben. Daran muss ich arbeiten. Im Endeffekt, logischerweise, müssen wir alle da schauen, was uns Spaß macht und so weiter und so fort. Obvious Lesson am Ende. Macht, was ihr wollt. Denn ich glaube, darauf wollte ich mit diesem Video überhaupt nicht hinaus. Naja, Ende war noch nie so mein Ding. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Tschüss. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020